Hallo liebe Skorpionfrau, lieber Skorpionmann, hier ist die Inball von Inballstarot.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben in der ersten Monatshälfte aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres, Monats sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Dort sind auch alle anderen Karten eingesetzt, aufgeführt. Heute arbeiten wir mit dem Orakel der Göttinnen, die findest du auch dort auf der Liste, ja? Also, schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Ja? Also, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Skorpion vom 1. bis 15. Juni, bitte. Ich sehe einen kleinen Jungen, vor meinem inneren Auge sehe ich einen kleinen Jungen an einem Tisch sitzen. Er hat ein A4-Blatt quer vor sich liegen. Auf diesem A4-Blatt steht ganz groß 2020, das Jahr 2020 und er malt die Nuller aus da, mit Filzstift. Ein Moment. Ähm, 20, 20, beim ersten 20 malt er die Null da rot aus und beim zweiten grün. Das ist, äh, dieser Junge gibt sozusagen grünes Licht ab, ab Jahresmitte. Ab Jahresmitte, ja, Juni, ab Juni herrscht hier grünes Licht. Bisher war rotes Licht, ab jetzt herrscht grünes Licht. In Bezug auf was, bitte? Worum genau? Okay, ich mache zwar Liebeslegungen, aber ich würde hier gern mehr darüber wissen, bitte. Ich schaue mir mal das Kind ein bisschen genauer an. Das ist im Kindergartenalter. Im Kindergartenalter. Und ich finde, dieses Kind ist irgendwie zu erwachsen angezogen. Der trägt ein Hemd und all das. Also drumherum ist ein normales Kinderzimmer, so wie es sein sollte. Und dieser Junge ist zu erwachsen angezogen mit so Holzfällerhemd und solches Zeugs. Es kommt mir fast vor, wie wenn dieses Kind da eigentlich schon längst über seine, ihre Situation herausgewachsen ist. Nur leider war da noch kein grünes Licht. Das ist wie zum Beispiel bei Jugendlichen, die Unternehmergeist haben, oder? Und dann wollen sie eine Firma gründen, sie möchten gerne was tun, was machen, etwas in Bewegung setzen, handeln, Handel betreiben, oder? Es gibt doch diese brillanten Jugendlichen, die was tun möchten. Und dann kommt aber das Gesetz und sagt, ein Jugendlicher darf pro Woche nur so und so viel arbeiten. Und dieses Kind war da über sich hinausgewachsen. Eigentlich kann dieses Kind viel, viel, viel mehr. Aber da gab es äußere Umstände, die dieses Kind davon abgehalten haben, das, was es schon längst umsetzen wollte, umzusetzen. Jetzt aber gibt es grünes Licht. Ab Mitte Jahr ist dieses Kind alt genug, um all das, was es schon längst vorgehabt hatte, umzusetzen. Schauen wir mal. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Skorpion. vom 1. bis 15. Juni, bitte. Das war ein Kind aus Haiti, glaube ich. Ich musste direkt an Haiti denken. Kali, Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Was hatten wir bei deiner Monatslegung? Blumenschnitt. Was haben wir hier in der Hand? Das ist das Orakel der Göttinen. Also die, die daran glauben, dürfen dann gerne Kali rufen, um hier diese Sicht da in Richtung Zukunft zu haben. Ja, hier ist ein Auge. Das dritte Auge sozusagen. Kali könnt ihr rufen. Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Die Skorpionlegung für Juni heißt Blumenschnitt und da geht es darum, das Alte wegzuschneiden, damit Neues nachwachsen kann. Und hier haben wir diese Blüte, die neu wachsen soll. Bei diesen Karten nehme ich immer das Begleitbuch zur Hand. Die haben da ein paar Stichworte, habe ich gesehen, die euch nützlich sein könnten. Hier, Seite 63. Zeige mal. Zeige mal. Kali. Bedeutungsspektrum. Deine derzeitigen Veränderungen sind zu deinem Besten. Halte deine Gedanken positiv, denn sie haben Macht. Denke an die neuen Blumen, die kommen werden, ja. Was wie ein Verlust erscheint, ist in Wirklichkeit der Anfang von einer guten neuen Phase. Lass die Vergangenheit los. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich lese dir das auch noch vor. Ich habe bei den Kommentaren dann gesehen, dass es nicht ganz einfach ist, für euch das Alte loszulassen. Das hier lese ich auch noch vor. Botschaft der Kali. Ich preise all diejenigen, deren Herzen die universelle Ordnung akzeptieren. Sie erscheint noch chaotisch und ewig veränderlich. Tatsächlich ist alles, bis in das kleinste Detail, so entworfen, dass es perfekt funktioniert. Der Tanz des Universums ist fröhlich. Die sich drehenden und wirbelnden Energien sich eine unendliche Feier des Lebens selbst. Was? Die alten Äste, die sind tot. Du bist noch lebendig. Du kannst immer noch neu lieben, ja. Nimm deine tiefsten Gefühle als Zeichen deiner wahren menschlichen Essenz. Gehen wir zu den Karten über. Ja. Schauen wir, was hier konkret passiert bei dir. Gehen wir bitte Karten zum Liebesleben von Skorpion vom 1. bis 15. Juni, bitte. Es blinkt, gell, die Aufnahme blinkt. Ich habe hier überall Glitzer liegen von diesen Karten da, die glänzen da so, ja. Und deswegen, hier hat es überall Glitzer, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da müssen wir durch. Gehen wir bitte eine Karte zum Liebesleben von Skorpion vom 1. bis 15. Juni, bitte. Sechster Münzen. Das war Hauptthema in deiner Jahreslegung, Skorpion. Es ging hier darum, dass du nichts bekommst. Du bekommst nichts. Du bekommst nichts. Es ist diese Situation, wo du komplett vernachlässigt wirst und darauf hoffst, dass du irgendwann das, was dir zusteht, zurückbekommen wirst. All das, was du investiert hast, zurückbekommen wirst. Du hoffst noch drauf, dass du eventuell mehr bekommen wirst irgendwann als nur diese Brotkümmel. Königin der Stäbe. Sehr schön. Sehr schön. Also manche Dinge sind echt ein Segen. Manche Menschen sind ein Engel. Ja. Da fasst du jemanden ins Auge. Dadurch, dass du aufmerksam wurdest auf einen anderen Menschen, ist dein Blick jetzt hier in Richtung frische, vitale Blume gerichtet. Ja. Plötzlich, oder das hier ist eine tote Umgebung. Und hier Vitalität pur. Du lebst, Skorpion. Du kannst immer noch das alte Tote weglassen und komplett vital vorwärts gehen. Und genau das tust du auch. Hier haben wir deine Karte. Königin der Kelche. Du folgst da dem, was dein Herz dir sagt. Könnte ein Wasserzeichen sein, mit dem du es zu tun hast. Es ist, Stäbe stehen im Tarot für Lebenskraft. Und es ist deine Lebenskraft, die dich da vorwärts bringt. Also das Umfeld, das du abtöten sollst, ist tot. Ist schon tot. Du musst nur noch abschneiden. Du bist lebendig. Du sollst hier vorwärts. Sechs der Stäbe. Wenn du hier vorwärts gehst, Skorpion. Wird dich das Universum hoch auf ein Pferd hiefen? Ja. Sieger Position statt Bettler Position. Von unten nach oben. Und diese Menschen da, die dich so vernachlässigt haben, die werden dich auch von unten beobachten. Ritter der Münzen. Der Magier. Das Interessante ist jetzt hier, ich werde jetzt wieder hier Bezug nehmen auf die Monatslegung, Juni. Da ging es um Blumenschnitt. Bei diesem Menschen, Skorpion, wirst du nicht mehr so schnell pflanzen, wie bei den anderen. Schau mal, hier ist bepflanzbare Erde. Es ist alles vorbereitet. Du hast auch ein Saatgut hier in der Hand. Du möchtest gerne pflanzen. Aber bevor du hier irgendetwas Ding festmachst mit diesem Menschen, wirst du erst mal schauen, dass alles andere ebenfalls stimmt. Diese Umgebung da, wo du dich befindest und wo du so vernachlässigt wurdest, basiert auf Geld. Münzen stehen für Zeit, Geld, Verantwortung und solche Dinge, aber ich sehe hier Geld. Ist vor allem Geld. Du willst jetzt sicherstellen, dass du deine neuen Rosen an einem Ort pflanzt, wo es Schwert vernünftig ist, Kelch, wo Liebe existiert, wo du geliebt wirst, Stab, wo Vitalität herrscht, Kopf. Dann erst wirst du dein Saatgut hier pflanzen. Und neues Leben, neue Blumen sollen dann erscheinen. Okay? Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passiert und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Ziel gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.